Geht hin und verkündet das Wort, das Panzermuseum braucht die Hilfe aller Delmenhorsterinnen und Delmenhorster, ob in der Stadt oder im Exil. Bitte meldet euch bei uns. Dankeschön. Moin! Wenn Sie aus Delmenhorst sind oder jemanden kennen, der in Delmenhorst lebt, oder Sie sind jemand oder kennen jemanden, der mal in Delmenhorst gelebt hat in den letzten Jahrzehnten, dann können Sie uns weiterhelfen. Und zwar geht es um Folgendes. In Delmenhorst stand ganz, ganz lange im öffentlichen Raum ein Panzer der Bundeswehr. Der hat eine lange militärische Biografie hinter sich und ist dann, wenn wir das richtig verstehen, so im halböffentlichen Raum eigentlich nicht legal, aber de facto doch zugänglich aufgestellt worden. Dieses Fahrzeug stand einige Jahrzehnte im öffentlichen Raum. Und wenn wir das richtig verstehen, dann ist der Panzer ein sozialer Ort geworden, an dem alle möglichen Sachen passiert sein sollen. Also vom ersten Kuss von Pärchen bis zum letzten Streit, von Partys über Punkkonzerte bis hin zu einfachen Ausflugszielen mit Klettereien und Kindern, die sich da Beine gebrochen haben und so weiter und so fort. Also ein Panzer, der im öffentlichen Raum von der Zivilgesellschaft vereinnahmt wurde. Dieser Panzer wurde dann vor einiger Zeit in einer Nacht- und Nebelaktion pink angesprayt und sollte deswegen dann eigentlich aus dem öffentlichen Raum entfernt werden. Und mit der Unterstützung der Bundeswehr haben wir es geschafft, dankenswerterweise, dieses Fahrzeug oder dieses Objekt, es fährt ja nicht mehr, für unsere Sammlung zu sichern. Das ist jetzt in unseren Beständen. So. An so einem Panzer kann man natürlich jede Menge spannende Geschichten erzählen. Und gerade den militärischen Teil kriegen wir natürlich selber gut hin, in Kooperation mit der Bundeswehr. Da kriegen wir alle Daten, Fakten und Aspekte, die wir brauchen. Aber spannend wird dieses Fahrzeug ja nicht zuletzt eben dadurch, dass es von Menschen in Delmenhorst vereinnahmt wurde. Dass es für eigene Zwecke, die beim Bau des Panzers keine Rolle gespielt haben, benutzt wurde. Also wir haben schon ein Foto gesehen von einem Punk-Konzert, oder ich glaube es war ein Punk-Konzert, auf jeden Fall ein Konzert da drauf. Dafür ist er nicht gebaut worden. So. Und diese vielfältigen Vereinnahmungen, diese Erlebnisse, diese Geschichten, die da passiert sind, die um den Panzer passiert sind, Ihre Erinnerungen oder von denen Delmenhorsterinnen und Delmenhorster, die Sie kennen, die wollen wir haben. Wir wollen möglichst viele Geschichten sammeln darüber, was Menschen erlebt haben an diesem Panzer, unter diesem Panzer, nebenvor, auf dem Panzer. Das wollen wir haben. Und erstmal ist für die Leute, die jetzt überlegen, ja, ich habe da mal was erlebt, aber ob ich da jetzt irgendwie Bock habe, da mitzuarbeiten, die gute Nachricht, erstmal brauchen Sie gar nicht mitarbeiten. Weil das Museum nochmal umgebaut wird in nächster Zeit, wird es auch noch Zeit haben, bis dieser Delmenhorster-Panzer wirklich, oder der Bereich, wirklich in die Realität kommt. Wir wollen jetzt an dieser Stelle erstmal nur Kontaktdaten sammeln und so ein, zwei Stichpunkte, was die Menschen für Erlebnisse hatten. Also wenn Sie uns eine Mail rüberschieben oder kurz anrufen und sagen, hier, ich bin so und so und ich habe, was weiß ich, mir damals das Bein gebrochen, als ich betrunken vom Panzer gefahren bin. Oder ich habe meine Frau am Panzer kennengelernt, weil da gerade eine Party war. Kontaktdaten sind wie folgt. Dann freuen wir uns tierisch, sind super dankbar und nehmen das erstmal zu den Akten. Und wenn es dann losgeht, dass dieser Bereich wirklich strukturiert wird und konzipiert wird, dann kontaktieren wir Sie wieder, wenn wir alle Erinnerungen durchgeguckt haben und das so ein bisschen katalogisiert haben und herausgefunden haben, wie wir die Geschichten am besten erzählen können. Dann rufen wir Sie an oder schreiben Ihnen wieder eine Mail und sagen, hier, Sie haben vor ein, zwei Jahren mal gesagt, das ist Ihnen passiert, haben Sie Lust mit uns darüber zu reden. Und welche Form das dann annimmt, ob Sie mit uns zusammen vor einer Videokamera stehen oder ob Sie uns einfach nur Ihre Geschichte erzählen, ob Sie vielleicht was auf Band aufnehmen, aber nicht selber vor die Kamera wollen oder ob Sie einfach nur mit uns einen Kaffee trinken und das nochmal erzählen, das können alles Sie entscheiden, das kriegen wir alles hin. Der wesentliche Punkt ist, wenn Sie eine Geschichte haben oder Sie kennen jemanden, der eine Geschichte hat, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder bringen Sie die Person dazu, mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir erstmal wirklich einen Katalog aufmachen können von Menschen, die diese Geschichten haben. Sie können es sich dann immer noch anders überlegen und Nein sagen oder es kann immer was dazwischen kommen, aber wir können so erstmal einen Überblick gewinnen, welche Geschichten da draußen sind, welche Geschichten auf uns warten und welche Geschichten wir erzählen können. Dann sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Also, nochmal, wenn Sie etwas an diesem Panzer erlebt haben oder Sie Leute kennen, die etwas erlebt haben könnten, fragen Sie sie bitte, melden Sie sich bei uns, lassen Sie sich diese Leute bei uns melden, damit wir die Geschichten um den Daimhorster-Panzer erstmal sammeln, katalogisieren können und dann gucken wir weiter. Wir würden uns super darüber freuen mit dieser Unterstützung. Nur mit der Unterstützung der Menschen können wir die Menschen, die um diesen Panzer etwas erlebt haben, ja auch abbilden. Es geht ja gar nicht anders. Ein Nachtrag noch. Normalerweise versuchen wir nicht nach Likes, Comments, Shares und Abos zu betteln. Diesmal machen wir mal eine Ausnahme. Und zwar bitten wir Sie, weil es über die Jahrzehnte bestimmt Zehntausende von Leuten gab, die in Daimhorst gewohnt haben und das immer noch tun und gar nichts von uns wissen oder die vor allen Dingen mal für ein paar Jahre da waren, speziell auch durch die Bundeswehr und schon lange wieder weggezogen sind und über die ganze Republik verteilt sind. Um all die Leute zu erreichen, die ja alle eine Geschichte parat haben könnten über diesen Panzer, bitten wir Sie, dieses Video so weit zu verteilen, wie Sie irgendwie können. Das wäre ganz, ganz großartig, damit all die Leute, die mit dem Panzermuseum eigentlich nichts am Hut haben, aber mal in Daimhorst was mit diesem Panzer erlebt haben, auch davon erfahren, dass wir ihre Geschichten brauchen. Also geht hin und verkündet das Wort, das Panzermuseum braucht die Hilfe aller Daimhorsterinnen und Daimhorster, ob in der Stadt oder im Exil. Bitte meldet euch bei uns. Dankeschön.